Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das sind nur einige Themen, die wir mit unserem Gast heute besprechen wollen. Arbeiterkammerpräsidentin Renate Andal, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Morgen. Und die Fragen mit mir stellt Hubert Patera, Chefredakteur der Kleinen Zeitung, auch Ihnen. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Vormittag. Schönen Vormittag. Frau Präsidentin, wir wollen gleich mit diesem Thema Metallerstreik und KV-Verhandlungen beginnen. Also wie gesagt, tagelang Streiks, dann verhärtete Fronten. Morgen wird weiter verhandelt auf Arbeitnehmerseite, wünscht man sich 11,6%. Arbeitgeberseits hat man das Angebot von zugegeben niedrigem Niveau mehrfach erhöht. Inzwischen liegt man bei 6% plus Einmalzahlungen in der Gesamtrechnung rund 8,5%. Müssen sich denn dann nicht jetzt auch die Arbeitnehmerseite bewegen, damit da doch noch ein Ergebnis überhaupt erzielt wird? Ja, lassen Sie mich etwas ausholen. Warum gibt es eine Forderung? Ich glaube, das ist die Grundfrage, die wir stellen müssen. Wir haben seit ein, zwei Jahren schon eine sehr hohe Inflation. Die bei zweistelligem Bereich war die Inflation. Das heißt, rückwirkend ist die Forderung berechtigt. Das ist weit über 9% die rollierende Inflation rückwirkend. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben durchgetaucht, nämlich in der Zeit, wo sie keinen erhöhten Lohn bekommen haben, die Inflation aber sehr hoch war, trotzdem ihre Arbeit geleistet. Und das ist eben, wenn man rückwirkend schaut, ist es jetzt an der Zeit zu sagen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen auch ihren gerechten Lohn haben. Da entstehen so Forderungen, die wir jetzt haben. Und da frage ich mich schon, warum vorher nicht wer eingegriffen hätte. Und vorher eingegriffen, da gibt es mehrere, die da lautstark unterwegs sein hätten können. Wir haben das gemacht, als ÖGB und Arbeiterkammer, haben wir viele Vorschläge auf den Tisch gelegt. Passiert ist fast nichts. Daher sind die Preise so hoch. Auch die Inflation, die wir jetzt haben, ist in Wirklichkeit viel zu hoch. Und da ist eine berechtigte Forderung natürlich. Und unter einer Inflation abzuschließen, ist ein Reallohnverlust für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und der Aufschrei war nicht so groß, wie auch in dieser Zeit jetzt Boni und Dividenden ausgeschüttet worden ist, in vielen Bereichen. Da ist immer sehr, sehr leise. Kaum geht es um die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dann werden alle plötzlich laut. Aber 9,6 Prozent, das wäre ja diese volierende Inflation. Das wäre es für Sie. Wäre das die Lösung? Die Gewerkschaften sind die, die direkt in der Branche sich am besten auskennen, die vor Ort sind, die wissen, wie es den Betrieben geht. Und ich werde sich jetzt nicht hier übers Fernsehen ausrichten, wo jetzt der Endpunkt sein soll, der Metaller. Das wissen die Gewerkschaften am besten. Bevor wir da ins Detail gehen, können wir uns kurz eine Grafik auch anschauen mit den Streikstunden. Und da ist klar, 2011, das waren damals auch die Metaller-KV-Verhandlungen, wo sich es gespießt hat. Aber ansonsten gab es jahrelang de facto keine Streiks. Dann hat das wieder ein wenig zugenommen, könnte heuer einen Höchststand, einen neuen erreichen. Ja, was ist denn da eine Exit-Strategie, auch allein atmosphärisch? Manche glauben, dass das jetzt eine Jux und Tollerei ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in dem Fall sogar auf der Straße stehen und ihren Lohn einfordern. Das ist es absolut nicht. Wir wissen, dass selbst die Nationalbank gesagt hat, es sind nicht die Löhne gewesen, die jetzt die Inflation so hochgelassen haben. Es waren unter anderem die Gewinne der Unternehmen. Da hat man nicht eingegriffen rechtzeitig. Dann wäre die Forderung nicht so hoch. Und wenn man sagt Einmalzahlungen, dann ganz ehrlich, wie es immer die Vorsitzende der GPR auch sagt, die Einmalzahlung kann nur der Schnittlauch am Brot sein. Denn wenn man sieht, was man durch eine Einmalzahlung dann lebenslänglich bearbeitet, dann verliert, das sind Tausende von Euro. Und da kann man doch nicht sagen, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sollen das hinnehmen. Dann verliere ich halt und die Betriebe haben Vorteile dabei. Frau Präsidentin, von den Vorteilen und hohen Gewinnen ist derzeit wenig zu spüren in den Unternehmen. Wir stehen am Beginn einer Rezession. Faktum ist, dass die Verhandlungen, wie wir sie erlebt haben, so hart und so rustikal waren und sind wie nie zuvor. Da ist gar nicht alles zitabel an einem Sonntagvormittag. Was geht da in Brüche? Das gute alte Möbelstück Sozialpartnerschaft. Erleben wir da eine Zäsur? Ich würde gerne diese gleichen Fragen auf Seite der Arbeitgeber auch stellen. Denn wenn man weiß, dass auch WIFO gesagt hat, es hat eine gute Erhöhung gegeben bei den Pensionisten und Pensionistinnen, auch hier gerechtfertigt, dann ist es schwer nachvollziehbar, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, nämlich Beschäftigte, die ihre Arbeit leisten, weniger bekommen sollen oder vielleicht auch die Diskussion weniger als die Inflation ist. Und ganz ehrlich, wenn man auch auf Seiten der Arbeitgeber in eine Verhandlung geht, wo man genau weiß, wo jetzt die Inflation ist, wie die Rollierende aussieht, das wissen ja die Arbeitgeber, also nicht so, dass sie es nicht wissen. Und dann der erste Schritt gesetzt wird mit 2,5 Prozent, dann, glaube ich, fühlen sich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer nicht mehr wertgeschätzt von den Arbeitgebern, die ihre Arbeit aber leisten. Und mir geht es hier um Respekt und Wertschätzung. Und wenn man in eine Verhandlung geht, dann kann man nicht mit 2,5 hineingehen. Es stimmt, Sie haben es angesprochen, Sie haben sich bewegt. Bei sechs. Also ich, ganz ehrlich, ich kann einmal Zahlungen nicht immer dazurechnen. Sie verdienen vor allem auch den Geringverdienenden. Aber Sie sind einmalig. Ganz ehrlich. Und nächstes Jahr stehen wir wieder da. Und es kann nicht sein, dass wir immer dann auf Seiten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Sparkurs diskutieren, dass jetzt, wie Sie es richtig sagen, die WIFO-Prognosen in die Zukunft sehen nicht gut aus, das ist richtig. Aber wir verhandeln rückwirkend. Das heißt, wir, heißt die Gewerkschaften, verhandeln rückwirkend und nicht in die Zukunft. Denn ich glaube, wir wissen alle, Zukunftsprognosen sind Prognosen und keine realen Zahlen. Aber das heißt Einmalzahlung für Sie weiterhin ein No-Go? Noch einmal, eine Einmalzahlung kann nur mehr der Schnittlauch aufs Brot sein, wie wir es immer sagen. Da bleiben wir dran. Aber es muss zumindest ein faires Angebot sein, was die Inflation abdeckt. Denn es hat ja Nachwirkungen. Wenn ich heute verzichte auf eine Lohnerhöhung, dann habe ich nächstes Jahr von meinem niedrigen Lohn die nächste Lohnerhöhung. Das ist für ein Arbeitsleben sind das Tausende von Euro, wo viele dann verzichtet haben. Und das sehen wir nicht ein, dass es immer die Seite der Arbeitnehmer und Arbeitnehmern sein soll. Wir hätten vielleicht dann eher sich angesehen, was wäre passiert, wenn viele Gewinne nicht ausgeschüttet worden wären. Die sind mir schon klar nicht in der ganzen Branche. Aber jene, die ausgeschüttet haben, haben auch nicht gesagt, wird uns rückstellen, machen eine Rücklage für schlechte Zeiten. Das ist nicht passiert. Jetzt geht es ja darum, seit Tagen und Wochen eine Lösung zu finden. Und da sagen Experten, Einmalzahlung könnte insofern auch eine Lösung sein, wenn man das beim nächsten Abschluss ein Jahr später sozusagen berücksichtigt bei der Bemessung. Wäre das eine Lösung? Oder wo sehen Sie überhaupt noch die Möglichkeit eines Kompromisses? Wäre es ein Zwei-Jahres-Abschluss? Es gibt viele Varianten in der Diskussion. Ich glaube, dass man alle Varianten diskutieren kann und soll. Da bin ich dabei, also kein Problem damit. Die Frage ist nur, ob es fair ist, dass man mitten im Spiel Spielregeln verändert. Ich glaube, das freut niemand, wenn man heute ein Spiel beginnt und mitten drin sagt eine Seite, naja, jetzt machen wir eine andere Spielregel. Sollte sie nach dem Spiel ändern? Nein, das ist nicht ändern, sondern das ist eine Diskussion. Das muss man diskutieren, das werden die Gewerkschaften tun. Da greife ich auch nicht vor. Und da ist es halt darum gegangen, jetzt wird gesagt, das kann dann beim nächsten Mal berücksichtigt werden. Ganz ehrlich, beim letzten Mal, beim Abschluss, da waren wir nicht so hoch oben im Bereich der Metaller. Und da wurde gesagt, ich hole sich das sowieso danach, weil die Inflation ja so hoch ist. Und jetzt diskutieren wir es und ich sage noch einmal, ich glaube, es war schon ein schlechtes Signal, wenn man mit so einem niedrigen Retour-Angebot in Verhandlungen geht, wie es die Arbeitgeber gemacht haben. Das heißt, Sie haben Verständnis für die Streiks, dass relativ sehr schnell scharf geschossen wurde. Ich sage noch einmal, mir geht es wirklich um Wertschätzung und Respekt für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ich habe mit vielen gesprochen, auch in der Metallbranche. Ich weiß nicht, ob sich manche vorstellen können, was dort Beschäftigte leisten, nämlich enorm ist. Wenn ich jetzt an die Aufzugsmonteure denke, wo ich mich erinnern kann, während Corona waren die trotzdem unterwegs, weil kein Lift durfte stehen bleiben. Aber die hatten Riesenprobleme, dass sie irgendwo ein Essen bekommen, dass sie eine Toilette aufsuchen können. Da kann man sagen, das ist eine Nebensache. Nein, da ist viel passiert und da ist auch niemand gekommen. Er hat gesagt, wie toll. Und diese Wertschätzung und genau der Respekt fehlt mir jetzt auf Seiten der Arbeitgeber. Stichwort Respekt. Und Hubert Batterer hat es ja schon angesprochen, die Töne, die da gefallen sind und die Worte, die gewählt wurden. Das Schwort. Also man möge sozusagen sich mit der, ich übersetze es jetzt, mit der Einmalzahlung Brausen gehen. Vom Herrn Binder, auch auf der Arbeitgeberseite hat es dann geheißen, dann kracht es halt einmal. Ist das ein bisschen vielleicht auch als Vorzeichen zu sehen? Muss man sich da profilieren? Auch vor dem Neuwahljahr 2024 mit einem Herrn Binder, der neu im Geschäft ist. Also geht es darum, sozusagen sich zu profilieren und Recht zu haben? Also ich bin davon überzeugt, dass faire Löhne, faire Lohnerhöhungen für Beschäftigte zu verhandeln, nichts mit einer politischen Situation zu tun haben. Davon bin ich überzeugt. Wenn manche andere Meinung sind, muss man es mit denen diskutieren. Ich denke, es ist ja das, was am Verhandlungstisch jetzt ausdiskutiert werden muss. Da geht es hier um Löhne und nicht um Parteipolitik. Aber schießen sich ein Stück weit vielleicht die Arbeitnehmer ins Knie, wenn man sagt, diese Sorge, die sie auch schon mitschwingen haben lassen, der Industrie, der Arbeitgeber, die Jobs, also Arbeitslosigkeit droht, man verliert Aufträge, also arbeitet man unterm Strich unter Umständen gegen die eigenen Interessen. Wie groß ist diese Gefahr? Naja, ich glaube, ich muss noch einmal zurückkommen. Ich glaube, es geht auch darum, wieso stehen wir vor einer Situation, dass wir jetzt so lange eine sehr hohe Inflation hatten. Wir haben jetzt noch 5,4 Prozent, in Wirklichkeit noch immer sehr hoch, wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen. Und da ist jetzt schon die Frage, es wäre ja auch der Druck der Arbeitgeber möglich gewesen in den letzten 1,5 Jahren, hier zu sagen, wir müssen runter, wir müssen eingreifen in Preise, damit die Inflation nicht so hoch oben ist, dass sie schneller runtergeht. Weil dann stehen wir vor der Situation, wie tun wir es? Und wir haben keine Lohnpreisspirale, wir haben eine Preis-Lohn-Spirale. Wenn alle Preise hochgehen, dann brauchen auch die Beschäftigten ein Einkommen, von dem sie ein Auskommen haben. Und wir wissen, und ich kann das wirklich berichten seitens der Arbeiterkammer, dass wir dort ganz viele Menschen haben, die wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Also zu glauben, allen geht es gut in dem Land, auch wenn wir einen guten Sozialstaat haben, das stimmt mich gerade nicht. Und ich glaube, alle kennen das, dass Energiepreise, Miete, Lebensmittel, all das ist gleichmäßig in die Höhe geschnellt. Und ich habe wirklich Geschichten von Mitgliedern, die uns dann erklären, sie geben sogar die Katze her, weil sie sich das den Tierarzt nicht mehr leisten können. Und das sind Geschichten, die haben wir vor Jahren nicht diskutiert in der Arbeiterkammer. Frau Anderl, die Arbeiterkammer könnte auch einiges tun, auch selbst einiges tun und mit gutem Beispiel vorangehen für diese Beschäftigten, nämlich bei den Pflichtbeiträgen, die automatisch vom Lohnzettel abgezogen werden, 0,5%. Man könnte ja ein Beispiel runtergehen auf 0,4 Prozentpunkte des Bruttolohns. Das wären dann gleich einmal über 100 Millionen Euro. Warum fällt der Arbeiterkammer hier der Verzicht, der solidarische Verzicht als Signal an die Beschäftigten so schwer? Noch dazu in Zeiten von Rekordeinnahmen aufgrund der hohen Beschäftigungslage und der hohen Abschlüsse? Ich bin davon überzeugt, dass Millionen nicht bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern ankommen. Es sind ein paar Euro, das ist das Erste. Aber das Zweite, wir unterstützen unsere Mitglieder, auch in diesen Zeiten. Wir haben viele Leistungen ausgebreitet. Wir haben mehr Leistungen jetzt, mehr Serviceleistungen bieten wir für unsere Mitglieder an, die auch angenommen werden. Das sind Leistungen, wo wir auch mehr Personal jetzt beschäftigt haben. Es gibt in den Arbeiterkammern unterschiedliche Direktleistungen an die Mitglieder. Nämlich dort, wo Hilfe notwendig ist, unterstützen wir auch mit der Möglichkeit, dass man jetzt schauen kann, ist mein Mietvertrag mit der Erhöhung überhaupt rechtens. Wir unterstützen bei Bildungsgutscheinen, wir unterstützen bei vielen anderen Möglichkeiten. Das heißt, wir unterstützen unsere Mitglieder in allen möglichen Lebenslagen. Wir sind auf Seiten unserer Mitglieder. Jetzt fällt aber auch auf, wenn man sich die Zahlen durchschaut, Stichwort Rücklagen. Die haben sich gegenüber 2019, das war das vorige AK-Wahljahr, massiv erhöht. Nämlich um gut 50 Prozent. Damals waren es 24 Millionen für die Wahl oder vor der Wahl. 2024 sind es 37 Millionen Euro zurückgestellt. Also wie passt denn das zusammen? Da könnte man ja sozusagen auch anknappern oder das ist ja möglicherweise nicht im Sinn des Erfinders, wenn es damals mit sehr viel weniger Geld gegangen ist. Sie haben es auch richtig gesagt. Wir haben es rückgestellt. Aber es sind 35 Millionen. Das heißt aber nicht, dass die Wahl so viel kostet. Das sind Rückstellungen. Und ich kann auch sagen, warum. Für die Wahl haben wir 35 Millionen rückgestellt. Das ist richtig. Und die Rückstellung ist deswegen da, weil wir die Kosten noch nicht genau abschätzen können. Ich glaube, deswegen macht man das auch. Und was wir schon wissen, was wir auch schon merken, ist, dass zum Beispiel auch da ist alles teurer geworden. Wir haben Portokosten, wo wir selber gesagt haben, ein Wahnsinn. Das hat sich vervielfacht, die Portokosten, wo nicht viele Aussendungen notwendig sind, weil es im Arbeiterkammergesetz steht. Das suchen wir uns nicht aus. Das ist im Gesetz. Daher müssen wir das tun. Und ich finde es spannend, ob man das im Vergleich auch sieht zu anderen Wahlen. Bei einer Nationalratswahl, was wird dort rückgestellt. Und da ist der Unterschied gar nicht so groß. Das möchte ich auch festhalten. Und es geht hier immerhin um vier Millionen Mitglieder, die hier bei dieser Wahl wählen gehen können. Nur das Porto lässt sich ja recht leicht berechnen. Und das könnte man überschlagsartig jetzt wahrscheinlich schon sagen. Müssen es tatsächlich, Sie sagen 35, ich habe gelesen 37, aber müssen es tatsächlich diese 35 Millionen sein? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, in ein Signal zu gehen an die Mitglieder? Noch einmal, es ist eine Rückstellung, die wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel mit vielen Millionen einen Digitalisierungsfonds gemacht, der auch den Mitgliedern, den Betriebsräten, auch den Betrieben, Unternehmen zum Teil mit unseren Digitalisierungsprojekten zugute gekommen ist. Wir machen das in vielen Bereichen. Wir haben Lehrlingen unterstützt, indem sie einen Laptop bekommen hat. Also die Arbeiterkammer unterstützt ständig ihre Mitglieder. Und ich weiß nicht, warum es immer die Diskussion ist in der Arbeiterkammer. Ich hätte trotzdem gerne die Diskussion auch in anderen Bereichen. Gibt es ja auch bei den Parteien? Ja, aber wir sind eine Interessensvertretung, keine politische Partei. Das möchte ich schon festhalten. Aber es gibt sie verwiesen haben. Naja, es gibt aber andere Kammern, und zwar viele Kammern. Da diskutieren wir jetzt nicht, wie viel Geld die haben. Da gibt es viele, die das Vielfache an Geld haben. Aber ein bisschen mehr als ein Drittel Mitglieder als wir haben. Das ist der große Unterschied. Wir sind sparsam. Wir haben nur, auch noch einmal zur Wiederholung, vielleicht nur neun Arbeiterkammern. Wir haben nicht zehn, wie manche andere. Wir haben keine zehnte als Extrakammer. Das erledigt die Wiener Arbeiterkammer. Also wir sind sehr, sehr sparsam unterwegs. Und ich sage es noch einmal, dass viele Gelder, was man da ersparen könnte mit ihren Vorschlägen, würde nicht bei den Mitgliedern ankommen. Was uns wichtig ist, die Mitglieder sind uns. Das sind das, wo wir sagen, wir stehen an der Seite unserer Mitglieder. Und für die setzen wir uns ein. Und ganz ehrlich, das machen wir tagtäglich. Eine Zahl vielleicht noch. Wir haben über zwei Millionen Beratungen gemacht. Und was wir tatsächlich den Mitgliedern zurückgeholt haben, sind über 500 Millionen. Nämlich da, wo Überstunden nicht korrekt bezahlt wurden, wo vielleicht nicht richtig eingestellt worden ist, im Bereich vom Konsumentenschutz. Das tun wir. Und wir haben auch die Rückstellungen für unsere Mitglieder. Und auch da, wenn man sich das ansieht, bei den vier Millionen, haben wir pro Mitglied 45 Euro auf der Seite. Das heißt, wenn ein Mitglied zu Gericht gehen möchte, um ihr Geld einzuklagen, dann ist es eigentlich schwer mit dem. Also da sind wir da und wir machen das auch. Wir vertreten alle unsere Mitglieder. Frau Präsidentin, die Regierung war nicht sehr sparsam. Sie hat sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Kaufkraft in diesen Krisenjahren zu erhalten. Ich erinnere nur daran, Strompreis, Deckel, Familienbonus, kalte Progression, Steuererleichterungen in den unteren Tarifklassen und so fort. Viele sagen, es sei zu viel Geld ausgegeben worden. Aber es wird dieser Regierung auch bescheinigt, dass die Kaufkraft erhalten geblieben sei. Und zwar im Vergleich jetzt auch zu den anderen europäischen Ländern. Warum verweigern Sie die SPÖ auch der Regierung in diesem Punkt die Anerkennung? Ich habe, glaube ich, immer wieder betont, dass die Bundesregierung viel Geld ausgegeben hat. Und vieles war notwendig und wichtig. Es war auf der einen Seite wichtig und notwendig, damit die Kaufkraft erhalten wird. Nur da möchte ich auch anschließen, auch da sage ich danke an alle Gewerkschaften, die auch voriges Jahr gute Lohnabschlüsse erreicht haben bei den Verhandlungen. Denn das hilft auch natürlich, die Kaufkraft zu erleichtern. Also auch die Gewerkschaften haben dazu beigetragen. Die Frage, die wir uns immer stellen, ist, ob es dort angekommen ist, wo es hingehört hätte, das viele Geld. Weil wenn ich vorhin schon ein paar Mal erwähnt habe, wo die Inflation ist, dann haben wir als Sozialpartner viele Vorschläge auf den Tisch gebracht. Wir haben als ÖGB und Arbeiterkammer Vorschläge auf den Tisch gebracht. Ich nenne eines jetzt zum Beispiel, einen wirklichen Mietpreisdeckel. Und ich glaube, wir alle können sich erinnern, es waren lange Verhandlungen. Dann dachten wir, er kommt, dann ist er doch nicht gekommen. Schlussendlich gibt es einen Mietpreisdeckel. Aber ganz ehrlich, der ist jetzt dort, wo die Inflation gerade ist. Also der wird nicht schlagend werden. Und dann sagt man, das sollen die Bundesländer machen, sollen die Landeshauptleute machen. Und man sieht, in drei Bundesländern hat es funktioniert. Bei Wiener Wohnen hat es jetzt funktioniert. Aber ganz ehrlich, es kann doch nicht abhängig sein, in welchem Bundesland ich lebe. Also wäre das Aufgabe der Bundesregierung. Zum Wohnen kommen wir noch gleich. Eine kurze Anschlussfrage nur, warum ist es eigentlich unanständig oder unmoralisch, um mit Andreas Babler zu sprechen, wenn man all diese Stützungen, diese Stützungszahlungen der öffentlichen Hand, nämlich von uns allen, nicht mit in diesen Verhandlungen, nicht mit auf die Waage legt? Man kann gerne darüber diskutieren, ich sehe das nicht unanständig. Aber es ist für uns schon sehr verwunderlich, würde ich es eher ausdrücken, dass man dann darüber diskutiert, was ausgegeben wird, immer auf Seiten, wenn wir als Arbeitnehmerinteressensvertretung etwas fordern, dann diskutieren wir plötzlich, ob wir das uns leisten können. Aber gerade in der Pandemie, und ich habe es auch gesagt, es ist gut, dass viel Geld in die Hand genommen worden ist, aber es sind schon damit ganz viele Betriebe unterstützt worden und wir wissen auch, dass viele überfördert worden sind. Da haben wir nicht lange darüber diskutiert. Gut, dass Betriebe unterstützt worden sind, sage ich gleich dazu. Rechnungshof hat darüber diskutiert. Genau, aber nicht sehr lange. Und keiner hat nachgefragt. Aber ich sage es noch einmal, gut, dass Betriebe unterstützt worden sind, Unternehmen, das sind die Arbeitsplätze, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen brauchen, keine Frage. Aber wenn man sich anschaut, dass wir dann über eine Köstsenkung reden, dass es jetzt wieder der Arbeitslosenversicherungsbeitrag gekürzt werden soll, dass im Familienlastenausgleichsvon was gekürzt wurde. Aber da ist die Frage, wer stopft dann diese Löcher? Und weil Sie sagen, Steuergeld ist auch richtig, aber wir wissen auch, wo das Steuergeld herkommt. 80 Prozent von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und Konsumenten. Also auch die Einmalzahlungen, ganz ehrlich, haben sich die, die es konsumiert haben, auch selbst bezahlt. Weil Sie die Mieten angesprochen haben. Das heißt jetzt, haben wir Sie da richtig verstanden, dass Sie bei dem Mietpreisdeckel jetzt der Regierung mit der maximalen Steigerungsobergrenze von 5 Prozent nicht mitgehen werden? Noch einmal, wir haben jetzt 5,4 Prozent. Die Frage ist, also ich gehe jetzt nicht davon, dass die Inflation noch einmal steigt. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht, ist richtig. Aber schon wie man, also damals, wie der Mietpreisdeckel beschlossen wurde in der Regierung, war aber schon klar, dass auch alle Prognosen gesagt haben, die Inflation geht runter. Und trotzdem ist man bei 5 Prozent geblieben. Und ganz ehrlich, wenn immer 5 Prozent meine Miete steigt, dann wissen wir, dass viele nicht mehr wissen, wie sie das bezahlen sollen. Und wir haben jene Beschäftigten, die zu uns kommen, die uns dann noch fragen, ob wir ihnen helfen können, wo man heute noch günstig wohnen kann, weil sie ausziehen. Das heißt, jetzt gibt es in drei Bundesländern, meines Wissens, gibt es einen Deckel bei 2 Prozent. Das ist auch unsere Forderung, dass es nie mehr als 2 Prozent eine Steigerung... Die Partei will Sie komplett einfrieren im nächsten Jahr. Wir sagen, einen Deckel mit 2 Prozent und nicht höher. Berlin hat das gemacht und Sie wissen, was passiert ist. Es sind weniger Wohnungen gebaut worden. Da hat also die Ideologie zu einem Bumerang geführt. Ich glaube, bei Wohnungen gibt es vieles zu diskutieren. Im privaten Bereich werden Wohnungen oft deswegen gebaut, um sich sozusagen das Vermögen anzuschaffen und hier damit Spekulationen zu betreiben. Da sehen wir auch, dass es falsch ist. Ich glaube, man kann sich Kunst und Schmuck anlegen, wenn man sein Geld anlegen möchte, aber nicht in Wohnungen. Ist das ein neues Beratungsfeld der Arbeiterkammer? Nein, gar nicht. Kapitalanlage? Nein, machen wir nicht. Würden Sie sagen, in der Gesamtrechnung, die Sozialpartnerschaft, insbesondere die Arbeitnehmerseite, wird die überhaupt noch wertgeschätzt in der Regierung? Wie ist so Ihre Bilanz, Zwischenbilanz? Es ist einmal so und einmal so, das muss man ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben vieles in der Sozialpartnerrunde erreicht. Wir haben auch Kurzarbeit geschafft, das haben Sozialpartner gemacht. Wir haben geschafft, dass gerade in der Pandemie es vieles gegeben hat. Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Das kennen wir alle. Es hat jetzt eine Evaluierung gegeben, auch im Bereich der Sozialpartner, wo wir jetzt wissen, was muss verbessert werden. Passt Homeoffice? Wo sehen Sie denn da die Grenzen? Kommen wir noch dazu. Aber wo sehen Sie denn die Grenzen? Bei was jetzt genau? Bei Homeoffice. Soll das bleiben? Soll das bleiben? Homeoffice wird bleiben. In welchem Ausmaß? Es gibt ja auch genügend Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die sagen, da wird nicht entsprechend Leistung möglicherweise gebracht. Oder erst recht, die Meinungen gehen auseinander. Aber muss das klarer definiert werden? Auch bei den Beschäftigten selbst ist die Debatte noch nicht abgeschlossen. Da gibt es diesen großen Trend international, das Big Return. Wie heißt das? Oder der großen Rückkehr auch abgeleitet aus Gefühlen wie Vereinsamung, Entfremdung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich kenne jetzt keinen Betrieb, der seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zwingt, ins Homeoffice zu gehen. Meines Wissens gibt es überall die Möglichkeit, unterschiedliche Modelle, sage ich auch dazu, habe nicht alle im Kopf, aber ich kenne unterschiedliche Modelle. Manche sagen pro Monat, pro Jahr. Manche sagen pro Woche kannst du ein, zwei Tage im Homeoffice sein. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist aber richtig, dass viele von sich aus wieder zurückkommen, weil sie sagen, was mache ich zu Hause? Und das, glaube ich, muss jeder Beschäftigte für sich entscheiden. Was uns wichtig ist, dass Beschäftigte nicht den Kontakt zu den Kollegen, Kolleginnen verlieren und auch nicht den Kontakt direkt zum Betrieb. Das hat ja was mit bei der Identifizierung zu tun. Wie stehe ich zu meinem Unternehmen, zu meinem Betrieb? Das ist, glaube ich, auf beiden Seiten etwas, was wir verstehen, wo man sagt, auch der Arbeitgeber wünscht sich, dass seine Beschäftigten auch sich noch mit dem Betrieb identifizieren und auseinandersetzen. Daher, glaube ich, entscheidet das jeder selber. Weil Sie es kurz, und das muss ich schon jetzt noch einmal kurz darauf zurückkommen, wie Sie es erwähnt haben, dass da manche glauben, da wird zu wenig geleistet. Also ganz ehrlich, ich erlebe es anders. Ich erlebe die Frauen, die zu Hause sind, in der Früh um 6 Uhr beginnen mit Homeoffice, nämlich deswegen, dass sie dann wieder bereit sind, wenn die Kinder von der Schule kommen. Ich erlebe Beschäftigten, die vergessen, dass sie Mittagessen gehen. Und ich erlebe die Beschäftigten, die im Homeoffice einmal schnell die Toilette aufsuchen, dazwischen Leute das Telefon, und die immer ein urschlechtes Gewissen, während man im Büro ohne weiteres auf die Toilette geht oder auch kurz am Gang mal plaudern kann. Also ich bin überzeugt davon, Entschuldigung, ich höre das auch von allen Seitnehmern, dass bei Homeoffice wir eher darauf aufpassen müssen, dass die Beschäftigten zu Hause erstens richtig sitzen, einen guten Arbeitsplatz haben. Das hoffe ich zumindest, dass sie das haben. Und vor allem, dass die Beschäftigten aber auch dafür sorgen, dass auch sie sich eine Pause verdient haben. Werden wir heute nicht auflösen können. Aber da sind wir schon ein bisschen bei zentralen Themen, die auch bei dem zweiten großen Ereignis der vergangenen Tage ein richtig großes Thema waren, nämlich beim Parteitag der SPÖ in Graz. Und Stichwort 32-Stunden-Woche, ein Lieblingsprojekt des neuen Parteivorsitzenden. Das wird jetzt eine Art Pilotprojekt, freiwillig. Aber das war nur ein Pfeiler. Insgesamt ist da ein sehr starker Linkskurs aufgefallen und hat sich verfestigt. Gleichzeitig sagt Babler, wir werden an Breite gewinnen müssen. Wie geht denn das zusammen? Oder anders gesagt, wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Denn derzeit ist es kein Signal der Breite. Naja, ich glaube vieles, man pickt sich dann aus ganz vielen, nämlich über hunderte Anträge, das heraus, wo man sagt, das ist vielleicht nicht die Breite. Wir werden auch, egal wer immer das, ob wir in der Arbeiterkammer, in unserer Vollversammlung, Anträge stellen oder ob es eine politische Partei macht wie die SPÖ. Man wird es nie schaffen, 100 Prozent auf sich zu vereinen und sagen, genau das ist richtig. Aber wenn ich jetzt an den Leitantrag denke, da sind viele Dinge drinnen, wo ich überzeugt bin, dass die Breite mitgeht. Wenn ich daran denke, der Sonntag muss frei bleiben, nämlich für jene, die heute nicht arbeiten, soll auch frei bleiben. Ich denke jetzt an den Handel. Sonntagsöffnung brauchen wir hier bei uns nicht. Das ist eh schon in vielen Bereichen möglich, wo der Tourismus unterwegs ist. Aber generell sind wir dagegen. Wenn ich daran denke, dass Teilzeitkräfte einen Rechtsanspruch haben sollten auf Vollzeit. Auch da könnte ich jetzt viele Geschichten erzählen, Beschäftigte in meinem eigenen privaten Umfeld, die zwei Jahre versuchen, Vollzeit zu arbeiten, dann das Unternehmen verlassen, weil sie keine Chance haben. Wenn ich daran denke, dass wir kürzer arbeiten sollen, dann ist das auch unsere Tendenz. Und ganz viele Beschäftigte gehen da mit. Auch da gibt es Abfragen, ganz viele, ob wir über kürzere Arbeitszeiten diskutieren sollen. Glauben Sie mir, da geht die Breite mit. Aber ich habe gelesen in der Kleinen Zeitung ein Interview mit Hannes Androsch, Ex-Finanzminister, der große Stimme in der SPÖ, der da sagt, Mehrheiten gewinnt man in der Mitte nicht an den Rändern. Und müsste man ihm zumindest in Teilen Recht geben? Oder man kann ihm arithmetisch wahrscheinlich nicht widersprechen? Ich werde sicher nicht hier an unseren Herrn Androsch der Antwort geben. Ich sage es noch einmal. Warum nicht? Naja, was wir schon sehen ist, dass in vielen Bereichen die Beschäftigten einfach nicht mehr können. Und das ist in allen Bereichen so. Ihr habt früher das immer geglaubt, das ist dort, wo körperlich schwere Arbeit geleistet wird. Bleiben wir vielleicht ganz kurz noch bei seinem Befund. Er hat nämlich, wie er mir erzählt hat, den Leitantrag gelesen. Er hat auch eine Einladung bekommen, im Gegensatz vielleicht zu anderen oder auch nicht. Und er ist aufgrund dieses Leitantrages und der Lektüre zu Hause geblieben, weil er gesagt hat, er vermisse hier, wie er es genannt hat, den wirtschaftspolitischen Unterbau, das Fundament. Es sei ein Sammelsurium aus ideologischen Träumereien und Luftballons, die nicht mehr in diese Zeit passen. So hat er sich geäußert zu diesen Kernanträgen dieser Partei. Und er hat dann gesagt, die Kanzlerschaft kann man so nicht rückerobern. Gut, im Interview, das ich gelesen habe, hat er gesagt, dass er schon älter ist und sich die Fahrt nicht auf sich nehmen wollte, dass er zum Parteitag fährt. Also die Begründung habe ich nicht wahrgenommen in dem Interview. Das ist auf der einen Seite. Und selbstverständlich ist, darum habe ich es vorhin schon gesagt, jetzt, wo die Arbeitnehmerinnenseite sagt, so was wir auch sagen, jetzt, wo eine politische Partei sagt, wir müssen auch sich die Arbeitsmarktpolitik mit einer anderen Brille ansehen. Man sieht, wir haben eine Digitalisierung. Die Welt verändert sich ständig. Wir stehen alle unter Druck. Daher gibt es neue und andere Forderungen. Ich glaube, wenn man die Geschichte nachliest, und ich muss trotzdem sagen, es waren einmal 50 Stunden, jetzt haben wir 40 Stunden, wir haben 38,5. Ich sage gleich dazu, wir haben Betriebe schon mit 30 Stunden. Das muss man auch dazu sagen. Also so ein Luftballon ist es nicht. Aber er hat ja auch in seinem Interview über die Regierungsparteien etwas gesagt. Das wird dann immer nicht hier geäußert. Ich sage es jetzt auch nicht. Das ist das Interview. Die Vertretenheit der Sozialdemokratie. Jeder kann es nachlesen. Nein, noch einmal, es ist immer dann, wenn wir sagen, in der Sozialdemokratie, in der Arbeiterkammer oder als Interessensvertretung, als Gewerkschaften, dass jetzt der Blick auf die Beschäftigten gehen muss. Und da geht es eben genau um diese Punkte. Kürzer arbeiten. Da geht es darum, dass wir nicht noch mehr Arbeiten brauchen. Wir erleben doch immer wieder, dass wir nach wie vor, wir haben die höchsten Arbeitszeiten in der EU, da sind wir ganz oben, können wir mitspielen dabei. Es gefällt mir nicht, wenn wir da oben mitspielen. Wir haben erlebt, dass wir 197 waren im Menadier, sind es 197 oder 192 Überstunden, die geleistet wurden. Und davon mehr als 40 Millionen nicht bezahlt wurden. Das heißt, wir sehen, unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind fleißig, sind engagiert. Und jetzt geht es darum, wieder einmal darüber zu diskutieren, ob es in einer modernen Zeit richtig ist, dass im Gesetz, das Arbeitszeitgesetz, wir reden ja vom Gesetz, das da noch immer drinsteht, 40 Stunden. Gleichzeitig haben Ihre eigenen, also in der SPÖ, die eigenen Vertreter, beispielsweise des Wirtschaftsverbands, Kleinunternehmer gesagt, das können wir so nicht stemmen. Also ein Beispiel war von einem Herrn, der gesagt hat, von zehn Mitarbeitern müsste ich bei 32 Stunden, Wochen und bei sechster Urlaubswoche einen davon kündigen. Ganz ehrlich, bleiben wir realistisch. Ist das nicht realistisch? Nein, es ist nicht realistisch, dass wir es morgen haben. Das ist nicht realistisch. Für mich ist es so, dass man sich ein Ziel stecken muss. Und für mich ist es wichtig, als Arbeiterkammerpräsidentin, dass wir über das Thema diskutieren. Und ich habe es gerade gesagt, wir erleben in vielen Bereichen, dass nach Arbeitskräften gesucht wird. Wir erleben aber auch auf der anderen Seite, dass jene Betriebe, Unternehmen, die hier die bessere Arbeitsbedingungen anbieten, ich würde es mir so sagen, ob es jetzt eine Viertagewoche ist, ob es eine kürzere Arbeitszeit ist, ob es ist, dass man andere Zuckerl bekommt, die bekommen auch weiter Arbeitskräfte. Nur eines dabei, ich habe jetzt ohnlings bei uns mit einer Dame gesprochen, die mir erzählt hat, ihre Tochter hat sich jetzt beworben in einem Hotel, hat sich dort einfach beworben. Die bekommt erstens einmal mehr, als der Kollektivvertrag hergibt. Die haben automatisch in dem Fall im Wiener Hotel die Wiener Linienkarte, eine Jahreskarte, damit sie zur Arbeit und von der Arbeit kommt. Und die haben auch eine Viertagewoche. Das heißt, es passiert ja schon, das ist ja nicht so unrealistisch, dass das alles Dinge sind, die nicht passieren. Ich kenne ein Unternehmen, der ist bei vollem Lohnausgleich auf 30 Stunden zurückgefahren, weil er keine Arbeitskräfte mehr findet. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe mit ihm persönlich gesprochen, jetzt hat er genug Arbeitskräfte, bietet sämtliche Arbeitszeitmodelle an, aber bei 30 Wochenstunden. Das ist ein Positivbeispiel. Gleichzeitig gab es eben auch beim Parteitag diese Negativbeispiele oder Negativszenarien, dass man nicht mehr die Leute halten könnte. Also was bietet man diesem Segment an? Noch einmal, wir werden morgen nicht 32 Stunden haben, wir werden es nächstes Jahr nicht haben. Es ist ein Schritt in diese Richtung. Aber Sie wollen jedenfalls 32 Stunden? Ist das Ihr erklärtes Ziel? Wir wollen jetzt einmal, ich sage es noch einmal, ich möchte gerne über die Reduzierung der Arbeit diskutieren. Frau Anteil, wir haben großen Respekt vor Menschen in Bedrängnis und Notlagen. Dennoch fällt schon auf das Bild, dass Ihr Parteivorsitzender auch am letzten Wochenende in Graz von diesem Land gezeichnet hat. Es ist ein Land mit lauter Ausgebeuteten. Es ist ein Land, wo jeder dritte Beschäftigte krank in die Pension wechselt und wo die Kinder keine warmen Mahlzeiten zu Mittag bekommen, angeblich. Gleichzeitig sieht man volle Abflughallen an den Flughäfen, man sieht volle Lokale. Welches dieser beiden Bilder stimmt denn? Spricht da tatsächlich von Österreich? Beide Bilder stimmen. Die Frage, welches überzeichnet man ein wenig? Ich glaube, es ist Fakt, dass wir 300.000 Kinder in Armut haben. Das ist Fakt. Da geht es ums Mittagessen, da geht es darum, dass sie tatsächlich in Armut sind. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Wir haben auf der anderen Seite auch einigen, denen es sehr gut geht. Sie sprechen von vollen Restaurants, das ist richtig. Ich kann Ihnen sofort ein paar Restaurants erzählen, die zugesperrt haben. Und warum haben sie zugesperrt? Weil niemand mehr gekommen ist, weil sich dort in diesen Bereichen viele, ich sage nicht, nicht mehr leisten konnten. Aber man überlegt sich halt dreimal, ob man jetzt essen geht oder nicht essen geht. Und ich glaube, das ist das Bild, das wir haben. Und dort müssen wir hinschauen. Und es geht als Interessensvertretung, geht es auch mir darum, dort zu unterstützen, wo Hilfe notwendig ist. Und wenn wir sehen, dass wir in unserem Land 300.000 Kinder in Armut haben, dann muss man sich ansehen, wie kann man hier unterstützen. Und ich glaube, dass es dringend notwendig ist. Und wenn wir merken, dass manche sich das Leben wirklich nicht mehr leisten können, dann muss man hinschauen. Und ganz ehrlich, was wir jetzt gerade merken, ist auch, dass viele Kinder an bestimmten Sportveranstaltungen auch nicht mehr teilhaben. Denn früher war es so, also nachdem ich bei mir rundherum alle Fußball spielen, vor 50 Jahren, wenn man zu einem Verein gegangen ist, war das relativ günstig. Dann haben die Kinder halt Fußball gespielt. Da war Tennis schon was Besonderes. Aber schauen Sie sich heute mal an, was in jedem Verein verlangt wird, was das kostet. Und viele Kinder sagen dann den Eltern, ich mag das eh nicht. Und sie wollen das deswegen nicht, weil es Geld kostet. Das sind jene, für die wir da sind. Und dort möchte ich meinen Blick hinwerfen. Es ist ja ein bisschen dahinter, das ist jetzt ein Sprung in die Vogelperspektive, auch die Frage, wer soll denn das alles bezahlen, wenn man verschiedene Leistungen bieten möchte. Da sind wir beim Thema Vermögenssteuern. Ist es das, was Sie jedenfalls wollen? Am Montag haben Sie es bei einer Pressekonferenz präsentiert. Aber auch, wenn man denkt an eine mögliche, man weiß es ja nicht, Regierungsbeteiligung der SPÖ, muss das jedenfalls sein? Wir haben, ich sage es auch bei jeder Gelegenheit, und dazu stehe ich auch, wir haben in unserem Land genug Geld ist vorhanden. Und ich habe es vorhin schon gesagt, 80 Prozent der Steuereinnahmen, und auch da muss man drüber nachdenken, kommen aus den Taschen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der Konsumentinnen. Und jene, die einfach mehr haben, tragen 1,4, 1,5 Prozent dazu bei. Und da muss man hinschauen. Und ich habe ja, ich glaube, für allen bekannt, voriges Jahr, nicht den Mut, ich habe die Idee gehabt, dass ich sage, ich schreibe den 100 Reichsten in diesem Land einen Brief, mache darauf aufmerksam, wie wichtig unser Sozialstaat ist, dass man den Sozialstaat auch stärken muss, auch finanziell stärken muss, dass viel, wir haben viele Baustellen in unserem Land, und ich frage mich halt, wer die Baustellen zahlen soll, oder auch, wer jetzt dann zahlen soll, wenn die Bundesregierung viel Geld ausgegeben hat, das muss ja wer bezahlen, keine Frage. Aber das können nicht wieder die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein. Und da verstehe ich nicht, warum jene, die mehr haben, nicht auch mehr dazu beitragen sollen. Also Vermögensteuer muss in Ihren Augen mit der SPÖ in jedem Fall sein. Wir kommen nicht darum, über Vermögensteuer zu diskutieren. Diskutieren ist ja noch das eine. Nein, umzusetzen. Entschuldigung, die setzen wir um, ja. Also mit SPÖ geht es nicht ohne Vermögenssteuern, um es so zu sagen. Ich sitze nicht in Parteiverhandlungen, ich sage es gleich, ich habe auch keine Funktion in der Partei, also könnte ich das auch nicht so sagen. Ich bin beigezogen, bin dabei, bin ein Mitglied der Sozialdemokratie und würde mir wünschen, dass die SPÖ dieses Thema ganz oben auf ihrer Agenda steht. Sie könnten ja auch Teil eines Verhandlungsteams künftig sein. Sie sind definitiv nicht. Das schließen Sie jetzt schon aus? Das schließe ich aus, ja. Das machen Sie nicht? Nein. Okay. Frau Anderl, unterschlagen Sie da nicht, wenn Sie beklagen, dass es keine Umverteilung in diesem Land gibt, dass sehr wohl sehr viel von oben, von den Leistungsträgern in die Breite auch nach unten fließt, nämlich Sie unterschlagen die Gegenstatistik, dass nämlich das oberste Gehaltsviertel drei Viertel des gesamten Lohnsteueraufkommens trägt und schultert. Was ich nicht so gerne höre, ist, dass das die Leistungsträger sind. Für mich ist jeder, der seiner Beschäftigung nachgeht, ein Leistungsträger. Ob es der Aufzugsmoteur ist, der Kfz-Mechaniker, die Kindergartenpädagogin, also zu sagen, die oben die Leistungsträger geben es runter zu. Die das Sozialnetz tragen, nicht? Naja, aber die tragen das gemein. Leistung erbringen alle. Ja, eben. Aber Leistungsträger sind sie alle. Und mein Blick ist halt, im Verhältnis tragen sie mehr dazu bei, das ist keine Frage. Nämlich jene, die geringe Einkommen haben. Warum sage ich das? Wenn ich ein geringes Einkommen habe und ich gehe essen mit meiner Familie, dann wird das verhältnismäßig teurer sein als jene, die ein hohes Einkommen haben. Also prozentuell tragen jene, wo ich sage, das ist die starke Stimme, meine starke Stimme, die ich gerne vertrete, wo ich sage, wir sind auf Seiten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen, auf jeden Fall dort, wo Hilfe notwendig ist. Und prozentuell, das ist die gleiche Diskussion, wie man gesagt hat, die Mehrwertsteuer senken, das trifft alle. Noch einmal, auch da prozentuell, in geringeren Einkünften, der hat weiteres mehr davon. Ich möchte zu dem großen Parteitag sozusagen noch den Kleinen zur Sprache bringen, der gestern in Wien stattgefunden hat, die sogenannte Wiener Konferenz mit 400 Delegierten. Und da ist dann doch aufgefallen, für viele überraschend, dass die Wiener SPÖ mit harter Kritik der FPÖ und der ÖVP und anderer, kurz gesagt, eine Abschaffung von Schulnoten fordert und auch der jetzigen Matura. Also die will man ersetzen, allenfalls durch praxisorientierte Projektarbeit. Sie waren gestern auch dort vertreten, gab schon Protest, wie schon erwähnt, aber auch von der SPÖ im Bund. Da sagt man, die will man nicht gleich abschaffen, die Matura. Das hat überhaupt keine Priorität. Warum macht man denn das Thema jetzt auf? Trotzdem. Aber der Bund hat, glaube ich, eher gesagt, bei den Noten, das ist nicht auf seiner Agenda. Und auch Priorität, so habe ich das mitgenommen, wäre da eine Veränderung bei der Matura nicht. Also jedenfalls nicht in diese Richtung. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir in unserem Land viele Baustellen haben, über die man sich kümmert. Darum ist es eine der großen Baustellen. Neben der Gesundheit ist Bildung eine große Baustelle. Aber sind die Noten und die Matura eine Baustelle für Sie? Unser ganzes Bildungssystem ist eine Baustelle. Und da ist es legitim, dass man in Zeiten wie diesen sich Gedanken macht, wie kann ein anderes Bildungssystem ausschauen, wo man auch darüber Gedanken macht. Und wir wissen, dass die Matura nicht mehr diejenige ist, die sozusagen der Einstieg ist für viele Weiterbildungsmöglichkeiten. In vielen FHs werden eigene Überprüfungen gemacht. Da ist die Matura nicht mehr mehr das Thema. Wir wissen, wenn man am Bachelor und all diese Bereiche angehen möchte, ist die Matura nicht unbedingt notwendig. Die Matura ist eine Momentaufnahme, wo man vorher schon ohnehin die Prüfungen abgelegt hat. Und dann legt man noch einmal eine Prüfung ab. Und darüber kann man nachdenken. Und ich finde es auch persönlich viel, viel interessanter, hier das mit anderen Möglichkeiten zu ersetzen, nämlich mit Projektarbeiten, die nicht die momentane auf... wo man nicht momentan sieht, was jetzt passiert, nämlich jetzt in der Sekunde. Das wäre mir wichtiger, denn... Aber vielleicht wollen die jungen Leute gar keine Gruppenarbeit am Ende dieser langen Laufbahn, sondern ein Ziel, auf das sie sich... auf das sie hinarbeiten und auf das sie sich freuen, vielleicht auch als Selbstbestätigung. Möglicherweise haben sie auch nichts gegen Noten, weil sie sich gerne einordnen und sich messen. Wenn man junge Leute sagt, dann muss man auch vorweg sagen, dass vor dieser gestrigen Konferenz ja viele andere Werkstätten stattgefunden haben. Und meines Wissens waren dort überall junge Leute. Also es war nicht so, dass das jetzt irgendwer bestimmt hat, sondern das wurde erarbeitet. Diese Anträge, die gestrigen Forderungen, Anträge gestellt wurden, sind erarbeitet worden in sogenannte Werkstätten mit unterschiedlichen Themenbereichen, ob es jetzt die Elementar-Pädagogik ist, die Schule, bis hin eben zur Matura, bis hin zur Lehre, was uns ja genauso wichtig ist. Und dort ist erarbeitet worden, ich sage es noch einmal, eine Momentaufnahme. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in der Schulzeit gegangen ist. Man kann alles, man weiß alles. Und genau in dem Moment fällt einem nichts ein. Und darum ist die Frage, ist Matura, die nicht mehr dringend notwendig ist, um Weiterbildung zu konsumieren, nämlich, dass man dann in eine FH geht, warum macht man sie dann? Und darüber sich Gedanken machen, ist legitim. Und daher glaube ich, dass es dringend notwendig ist, auch hier das Bildungssystem auf neue Beine zu stellen. Gleichzeitig kann man es auch von der umgekehrten Seite noch mitdenken, macht es die Schulen, nämlich diese angeglichene Matura, auch vergleichbar in der Qualität? Und es ist sozusagen ein Qualitätsanspruch an beide Seiten, also nicht nur die Schüler. Haben da die Experten einen Punkt, die darauf hinweisen? Nochmal, ich glaube, man hat ja vorher von der letzten Klasse ein Abschlusszeugnis. Und da sind ja auch alle Themen drinnen. Also da muss man spezifisch sagen, ich maturiere jetzt in die und den Themen, die ich alle aber schon gelernt habe. Also warum? Noch einmal. Da ist die Frage, ob man das nicht mit Projektarbeiten ergänzen kann. Jetzt hat das Wien gebracht, soll das breiter im Bund doch diskutiert werden? Wollen Sie die Bundespartei da überzeugen? Ich glaube, es werden Diskussionen führen. Also die werden geführt werden, ganz sicher. Und es geht darum überzeugen. Ich glaube, dass da jetzt Wien einen Schritt gesetzt hat und das natürlich dann auch im Bund darüber diskutiert wird, ganz sicher. Springen wir von den Jungen zu den Älteren zum Thema Pensionen. Hat ja alles miteinander zu tun und der Rechnungshof sagt in einem seiner jüngsten Berichte, das System ist nicht nachhaltig, das sagt er auch nicht zum ersten Mal. Experten wie Bonin hat kürzlich auch hier in der Pressestunde gesagt, das Antrittsalter 67 muss perspektivisch in Betracht gezogen werden. Kann man sich dieser Experten, Expertinnen Meinung noch verwehren, dass tatsächlich länger gearbeitet werden muss? Und wir sehen hier auch noch einmal eine Grafik. 1970 waren vier Erwerbstätige pro Pensionsberechtigten. Jetzt sind es drei und 2040 werden es nur noch zwei sein. Also da zeigt sich ein ganz, ganz deutlicher Trend. Man kann sich dem erwehren. Warum kann ich mich erwehren dessen? Weil für mich, wenn man über Pension spricht, ist es vorerst viel wichtiger, über das Erwerbsleben zu reden. Also für mich ist der erste Zugang, dass wir Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze haben, Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung, damit alle Beschäftigten bis zu ihrem Regelpensionsalter überhaupt im Erwerbsleben bleiben. Bis zum Regelpensionsalter. Wir wissen, dass jede zweite Frau vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheidet, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist Fakt. Das kommt nicht von mir, das ist eine Tatsache. Und daher muss der erste Zugang doch sein, dafür zu sorgen, mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie kommen wir dorthin, dass alle Beschäftigten nämlich überhaupt das erreichen, ihr Pensionsantrittsalter. Das muss der erste Zugang sein. Und daher wäre meine Diskussion, muss man im Erwerbsleben ansetzen, zu schauen, hat es damit was zu tun, weil wir Arbeitsbedingungen haben, wo uns ja jetzt schon viele Beschäftigte sagen, den Job schaffe ich nicht bis zu meiner Pension, verstehe ich, dann braucht man aber eine andere Möglichkeit. Da ist viel zu tun. Und erst, wenn ich sehe, dass hier genug getan wird, was nützt mir 67, ganz ehrlich, wenn die Leute trotzdem mit 63 aus dem Erwerbsleben rausfallen. Aber wäre es mit dem Regelpensionsalter schon getan, glauben Sie? Oder muss man tatsächlich jetzt schon darüber hinausgehen? Ich würde mal sagen, wir haben viel zu tun, um dorthin zu kommen. Und wenn wir dort sind, können wir gerne drüber noch mal diskutieren. Aber da ist viel zu tun. Experten sagen, also die Lebenserwartung steigt pro Jahr um zwei Monate. Und das müsste gar nicht den großen abrupten Kulturbruch geben für die Leute, sondern man könnte um diese zwei Monate pro Jahr, dass einem zusätzlich ein Leben geschenkt wird, ist ja toll. Auch damit in diesem Ausmaß die Pension, das Pensionsantrittsalter sanft und behutsam anheben. Sind Sie auch da? Ich weiß noch, irgendwer hat mir jetzt unlängst erzählt, das muss ich aber noch nachrecherchieren, dass die sogenannte Sterbetafel auch wieder zurückgeht. Das muss man sich ansehen. Also ich möchte mich nicht an die halten, aber ich sage es noch einmal. Für mich ist es wichtig, dass jeder die Chance hat, nämlich wirklich eine Chance bekommt. Und oftmals liegt es an der Chance. Eine Chance bekommt, bis zu seinem Pensions, bis zu Ihrem Pensionsantrittsalter, bei ihr passt es noch besser, im Erwerbsleben zu bleiben. Und ich sage auch dazu, es ist heute auch möglich, dass ich über mein Pensionsantrittsalter hinaus weiter arbeite. Und da muss man sich anschauen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, wir haben viele Beschäftigte, die das gar nicht machen können, weil sie es nicht mehr schaffen. Und da wird dann immer der Dachdecker herangezogen. Das glaube ich auch beim Dach, bei jedem Bauarbeiter. Aber wir haben auch viele Bereiche in der Pflege, in der Elementarpädagogik. Ich weiß nicht, wie es dann geht, dass man mit 66 am Boden auf und ab steht und all diese Tätigkeiten macht. Also noch einmal vorweg einmal ist es wichtig zu schauen, wo sind Möglichkeiten, wo ältere Beschäftigte vermittelt werden können auf sogenannte alternsgerechte Arbeitsplätze. Und die fehlen ganz eindeutig. Vielleicht abschließend dazu noch, wenn Sie von Chancen und Chancengerechtigkeit sprechen, wie fair ist es denn den ganz Jungen jetzt gegenüber den nachfolgenden Generationen, wenn jeder vierte Euro, der ins Budget fließt, in den Ruhestand fließt. Und da der Spielraum eigentlich für andere Investitionen, die sicherlich wichtig sind, immer, immer kleiner wird. Also erstens wird der Beitrag zur Pension nicht höher. Der ist ganz minimal, dass das angehoben wird. Das ist etwas, wo doch einige da sind, die versuchen hier Ängste zu schüren und ganz ehrlich alt gegen jung auszuspielen. Das geht gar nicht. Dann hat in diesen Tagen auch der ÖVP-Klubobmann für heftige Debatten gesorgt. Er hat nämlich geortet eine Ungerechtigkeit unter den Jungen, nämlich zwischen denen, die sehr früh mit nach Ende der Pflichtschulzeit ins Arbeitsleben eintreten und jenen, die bis Mitte 20 studieren. Und er sagt, da gibt es, wenn man jetzt versicherungsmathematisch draufschaut, eine Ungerechtigkeit. Und die gehört ausgeglichen innerhalb des Korridors, also innerhalb der 65 Jahre. Und die Frage ist, wie wir das jetzt ausgleichen. Inwie länger arbeiten? Sagen Sie, das ist gerechtfertigt, grundsätzlich der Befund jetzt, dass man sagt, worüber man reden? Nein, jeder zahlt in seine Pension ein. Wenn ich heute studiere und viel länger brauche, kann er noch länger studieren, dann werde ich auch später einzahlen. Dann ist ja die Frage, was habe ich einbezahlt? Wir haben eines der besten Pensionssysteme, das ich mir sicher nicht schlechtreden lasse. Und jeder, der seinen Beitrag eingezahlt hat... Hannes Andrasch sagt, da dickt eine Bombe und er war elf Jahre lang Finanzminister dieser Republik. Wer hat jetzt recht? Noch einmal, ich sehe keine Bombe, die dickt. Wo wird noch einmal... Was für mich wichtig ist, dass alle, die beschäftigt sind, auch, also alle, bevor sie in Pension gehen, dass sie eine Beschäftigung haben, nämlich bis zum Pensionsantrechtsalter. Ich weiß nicht, warum man immer rundherum versucht, hier Ängste zu schüren. Unser Pensionssystem ist nicht finanzierbar, die Jungen haben keine Chance mehr, da dickt eine Bombe. Noch einmal... Aber Selbstbetäubung hilft jetzt auch nicht. Nein, aber noch einmal, wenn alle bis zum Pensionsantrechtsalter im Werbsleben bleiben, was passiert dann? Dann bezahlen sie Pensionsbeiträge. Das heißt, da muss man hinschauen und nicht, dass die Leute mit 60, mit 62, 63 vorzeitig aus dem System rausfallen. Wir haben nur mehr ganz, ganz wenig Zeit, aber noch ein ganz schneller Blick auf das nächste Wahljahr, das ja auch ein Arbeiterkammer-Wahljahr ist. Auch vor dem Hintergrund dieser Differenzen, die jetzt gerade abgehen, zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Wo verorten Sie denn da die Chancen Ihrer Partei, der SPÖ oder Ihrer Fraktion, der sozialdemokratischen Fraktion, wenn man auch vergleicht mit der FPÖ, die zumindest bei Nationalratswahlumfragen ganz, ganz weit vorne liegt? In der Arbeiterkammer jetzt? Ja. Und? Noch einmal, dass bei den Arbeiterkammerwahlen, und das sage ich bei jeder Gelegenheit, ist es mir unheimlich wichtig, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung einfahren, dass alle wissen, weil die Arbeiterkammer ist super, die ist toll, das sagt uns jedes Ranking, das wissen wir, wir sind an dritter Stelle hinter der Volksanwaltschaft und der Polizei, also wir gewinnen immer dazu. Das heißt, unsere Mitglieder stehen zu dieser Interessensvertretung, das können wir mit allen belegen, aber es ist wichtig, dass sie zur Wahl gehen. Daher hohe Wahlbeteiligung. Die FPÖ ist die größte Arbeiterpartei in diesem Land geworden. Was hat die SPÖ falsch gemacht? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie man darauf kommt, dass sie die größte Arbeiterpartei ist. Anton Bellinger sagt das. Ja, ich sehe es nicht so, denn mir fehlen die guten Vorschläge der FPÖ. Also wir wissen, jetzt diskutieren wir alle Vorschläge der SPÖ. Wir wissen, der Klubobmann der ÖVP, was er für einen Vorschlag hat. Aber ich würde auch gerne einmal die Vorschläge der FPÖ diskutieren. Aber in diesem Ausmaß, wo man sagt, da gibt es eben ein großes Programm der FPÖ, kenne ich es nicht. Daher kann ich mir das nicht vorstellen. Heute haben wir Sie gehört. Danke, Frau Präsidentin Andal, fürs Kommen. Danke, Hubert Baterer, Chefredakteur der Kleine Zeitung, fürs Kommen. Danke Ihnen fürs Zusehen. Aber bleiben Sie dran, bei uns geht es jetzt weiter mit Rebecca Salzer und dem Hohen Haus. Gast im Studio ist Gerald Lorca, Sozialsprecher der NEOS, zu den geplanten 4,5 Milliarden Euro für Kinderbetreuung in den nächsten sechs Jahren. Am Abend dann bei Claudia Reiterer im Zentrum geht es um das Gesundheitssystem mit drohenden Verschlechterungen für Patienten, Patientinnen und einen möglichen Machtverlust der Kammer. Diese Pressestunde dann in Kürze auch als Podcast zum Nachhören. Vielen Dank nochmals fürs Zuschauen von uns allen. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.